Ja, mir geht das gar nicht schlecht. Wir sind so, dass die Pläutig-Fläge viel besser wissen, dass ich, aber ich kann das Klima besser aussprechen. Ich habe noch nicht viel von nichts gehört oder zu sein, das Pläutig-Deil. Just einmal haben wir ja, ja, neufelt. Prediger, ja, ja, neufelt. Ewa CFAM Altona. Sei ein schöner Freund, wie ja, ja, neufelt. Und er hat Pläutig, und wie interessant, weil er Pläutig prägen hat. Ich weiß, meine Frau, ihre Großmama, Tante Peitersche, die wir das Einzelmüll gegrafen haben. Er hat, wenn ja, ja, neufelt wird, sei, er wird nicht der Beise fien, er wird sei, das erste Diebel. Und er sagt, in der Chaka, wir, in Philadelphia, bei der ZP-30-radiostation, 2015, mit meiner Frau, da war ich in der Schule, in der Studio, mein Freund, Jack Jakob, Jack Hepner, von Altona, die Büt dort am Morgen. Dort, wat war das? In Mad 1974, da war er. Und ich will einer Chaka, bei Loma Plata, und wollte dort die Radiostation besiegen. Und ich dachte auch. Und dann fangen wir an den Obruch von Jat-Jat-Niefelten, die wir auch auf der Radiostation mit seiner Eiffel-Gellnium bautschafft. Und fangen wir mit ihm an zu reden, und dann haben wir noch ein bisschen Spaß. Da wurde noch jemand gefragt, warum er Diefel namen, und nicht die Böse Fien. Er sagte, da wird kein anderes Wort für Diefel. Das andere Ding, was die Menschen sagen, die haben sie gefragt, dass die Arrecht wieder Spaß machen, am Zündag. Und Uncle Niefelten, Jat-Jat, Uncle Johan Niefelten, wie das, der sagte, das weiß ich nicht, solange sie sich nicht achten würden. Aber das wären ein paar Dinge, was er da am Denk geholen würde. Aber ich dachte, mir hatte es sein, Plautich in Obrunen, in 2015, dann wie ich an das Schakel. Und die wollten mich da annehmen, das Cooperative Charter. Und ich hatte dann zwei Wochen jeder Tag, von Moondagsmars, klart 7 Uhr an, und ich hatte jeden Tag, ich hatte sehr viel Zeit. Und dann, Zündag, da war ich dann noch eine Schakel. Und da waren auch ein Atelier, von 100 bis 300 Menschen. Und da war ich auch alle in Plautich. Und dann war Elmer Koehler, wo wir noch die Wachen und die Bleuven leiden, die Nacht, zwei Nacht. Ich habe das Amtoub gezogen, hier in Manitoba. Faith and Life Choir, das war Dirk Amtoub. Und wir zingen da noch in Lighttoub. Und vielleicht, ich habe es dann noch aufgenommen. Ich werde es hier vielleicht noch verspielen, dass die Elmer Koehler, Zaja, Zaja Scheiner Tenor, hier ein Duett singen. Und da war ich, und ich habe es dann noch geplant. Und das ging über Zaja Schein. Ja, zwei Wochen bleiben Loma Plata. 2015. Und da war das Motel, wo ich glaube, Peter und Lina Sawaski, die einen dort an. Und die nahmen uns auch so, Zaja, Zaja Fan ab. Aber, Zaja Vorken, wann ich das do, weil ich englisch war, das auf Englisch. Und nun, dann sah ich, was mir dann befällt. Und Vorken, ich hatte eine ganz andere, was sagt, in der Direktion, Plata. Ich nehmt ein Leben von sich selbst, meist an, wann ich anfange zu reden hier. Und ich war versägen, das Vorken noch zu tun. Das gute Praktis, das dann auf Englisch würde sagen, wenn ich das ehrenmal do. Vielleicht kann ich noch einmal ein bisschen Plata reden. Ich das sogar ein bisschen noch ein bisschen in Hauchdeutsch. Ich kann, wenn ich Hauchdeutsch spreche, ich kann es schreiben, ich kann es sprechen, verstehen. Und ich habe das auch in der Schule gelernt. Viele Leute haben das, aber ich habe das auch in der Universität in Manitoba gelehrt. Drei, drei Kursen habe ich durchgenommen, in 1900, in 1960, in 1970, und ich nahm Dieter als Major. Und dort war eine gewöhliche Familie. Wir sind dreimal in Dieterland gewachsen. In 2007 waren wir sogar in der Schweiz und da konnten wir dort auch nicht verstehen. Aber wenn ich sage, dass ich kein wenig Deutsch spreche, dann haben sie das auch abgenommen und dann können wir in der Höhle. Aber ich wollte es nicht so fragen, ob ich die steuern, aber das ist eine nicht so die leid hat. Ich lege viel Gottes gut zu erzählen. und so weiter. Ich war hier in Altenheim, in Salem Holm, wo ich die Chaplain Wilbert Friesen hatte, was krank er zu erzählen. Ich war am Friedrich, und ich war noch ganz bedient zu arbeiten. Ich schrieb vier oder fünf Zeitungen, alles von Marie, über der ganze Kanada, von Ontario, aber Alberta, es ist nicht ganzer Kanada, aber dort wurde er da talen. Ich weiß, dass ich wohnte in B.C. und die Zeitungen wurden auch verschrieben. die Prairie Hog Country. Ich habe die Hand von Prairie Hog Country. Das ist in Leduc, Alberta. Und in Ontario ist die Ontario Farmer. Hier in Manitoba ist AgriPost. das fand ich zwei anderen in 2000. Ich schrieb nach Winkler Morgan Voice. Jeder Werk hat ein Artikel, eine Geschichte. Das helpt mir im ging. so wieder. Von dann ist wie eine Frühstorben 2018 und Mai 2018 war sehr deutlich. Harry, du hast deine Arbeit, warum du nicht wieder arbeiten. Ich bin befreit, dass ich das habe. das ist was hier und ich will ein Heimel sein wird es wieder geht. Haben und Gouden Abend.